die hatte die längste zeit im kopf wie auch alle herkommen würde mich interessieren ob es unendlich von denen gibt oder ob ich irgendwann auch mal in ruhe gelassen werde von den scheißviechern wenn ich alle tot habe wahrscheinlich gibt es unendlich viele krass das geht über das licht an hahaha wie geil scheint ich bin nicht zu freuen komisch aber auch naja hier gab es anscheinend nicht so viel zu holen fahr ich mal weiter mit dem zug der hoffnung so aber speicherpunkt das heißt nichts gutes scheißviecher kann ich alles nicht nehmen habe ich alles schon das kann ich noch nehmen na nun gut kann ich das schloss kaputt schießen man kann ich nicht naja ich würde mal sagen hier fahr ich erstmal nicht weiter ich mach das licht mal aus während das ding da steht ich weiß nicht ob das strom verbraucht oder so ich mach das mal aus ich habe das mal aus ich habe das mal aus jetzt immer bevor ich irgendwo reinlade kommen schon ein paar wo hänge ich überhaupt fest diese fischer sind einfach viel zu schnell ich sehe nicht von wo die kommen dass sie sich aber auch nicht auf den rücken drehen wollen mit meinem licht scheißviecher meine fresse gehen auf den sack das noch mehr unterwegs oder nicht auf da kann man ja schon meine güte weil das auch irgendwann mal auf hey wie viel hält die aus und noch einer ist klar die verpissen sich immer alle direkt junge ich wollte schon sagen langsam ist aber mal genug hier und da sind noch mehr ja Gibt es da auch was zu holen? Wenn nicht, bin ich... Ja, ok. Alter, ich strahle ja genau in die Fresse. Ich werde sich davon einfach überhaupt nicht beeindrucken. Nee, gibt nichts mehr. Ich fahre weiter. Achso, ich muss das Tor aufmachen. Kann ich ein wenig vergessen? Oh, und ne Weiche. Kann ich hier durch, nein. Arschloch. Mich überreicht gar nichts. Ich bin auf alles vorbereitet. Sonst kann ich hier nichts nehmen. Hier raus kann ich auch nicht. So. Dann fahre ich mal da weiter, ne? Vielleicht kann ich aber auch einfach die Barriere hier hinten durchbrechen mit meinem Zug. Mit meinem coolen Auto. Ich guck mal, ob ich hier die Weiche umstellen kann oder so. Ja, kann ich. Vielleicht kann ich da durchbrechen. Cool. Ja, geht. Oh, meine Luft wird langsam knapp. Ja. Ja, ist ja gut. Ich wechsle schon mal einen Filter. Auf die AK hätte ich aber auch Bock, um ehrlich zu sein. Was hat denn die für ein Visier? Ja, geil. Die nehm ich mir doch mal mit. Scheiß auf dieses kleine Maschinengewehr. Keiner. Hier lang kann ich nicht. Hier ist halt alles zu. Ich fahr schon mal wieder zurück. Ich fahr schon mal wieder zurück. das hat mich echt geil gemacht. Haben die auch gut umgesetzt. Oh, krass! bin ich relativ langsam unterwegs scheiße und ich bekomme einen Besuch ich lass jetzt einfach hier immer drauf springen dann rotz ich die sofort weg leichter gesagt als getan kurz unterbrechung von der verfolgung sagt ich werde hier mal rein gehen auch wenn es vielleicht keine so gute idee ist krass seht ihr das auf der rechten seite da sitzt jemand auf dem bett und da hängt einer wenn ich dahin leuchte sind die schatten weg aber das sind quasi krass krass seht ihr das? hier sind total viele leichen und man sieht wo die gestorben sind aber die sind nicht mehr da alles fängt an zu wackeln hier sind hier sind hier sind das ist schon ziemlich geil gemacht hier also es ist übel auf jeden fall da ist ja gut und weiter geht die wilde fahrt und vor Ort kommt wieder besuch ich warte ich nicht bin ich